Ich muss ehrlich sagen, ich oder wir beide, ja wir beide, haben noch gar nicht geübt auf dem Catwalk. Aber irgendwie hatten wir nicht die Zeit, doch wir hatten eigentlich schon die Zeit. Ach was. Ne, 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 ne. So, warte kurz. Zweite Lampe, also von den kleinen Lampen da von vorne. Bro, das ist... Ja, jetzt interessiert es mich. Lauft ihr jetzt zusammen oder lauft ihr zwei jetzt einzeln? Wie du es möchtest. Ist das nicht schwerer zusammen zu laufen oder habt ihr das zusammen immer geübt? Na, du hast uns ja beigebracht, auch alleine laufen zu können. Ja, ne, ich frag ja nur, wie ihr das geübt habt so. Morgen habt ihr nicht den gleichen Look an. Wir können ja einmal zusammen. Wir können ja einmal zusammenlaufen und einmal alleine und ihr entscheidet, was besser war. We wanna walk together. Okay. Ah, nice. Okay, Luca und Julian, let's see what you got. Okay. Wir sagen, auf links an. Auf links an, mhm. Überlegen Sie sich aber auch zehn Minuten lang, bevor es losgeht. Okay. Okay, drei. Ja. Okay, so schlusslich. Drei, zwei, eins. Und wenn ihr jetzt das nächste Mal kommt, macht mal alleine, ja? Okay. 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 Let's do los, okay? John, was takst du? Feel the music. Beside your heart. Won't you come with me and spend the night? Yes. Okay, mach nur noch mal. Feel the music. Yes. He thinks more of it, right? Yes. I like what I see. What can I say? It's something for you and I. Also, was halt bei John ganz klar war, ist seine Ausstrahlung und seine Konfidenz. Er weiß halt, dass er gut aussieht und irgendwie strahlte das auch vom tiefsten Inneren aus. Uh. Very good. Ich finde John schon sehr hot. Als ich John gesehen habe, für die kleine Sarah in mir war das die Erfüllung aller ihrer Träume. Ich muss auch zugeben, John war quasi so meine erste große Liebe. Wow. Also, ich will nicht sagen, dass... Nee, das darf ich nicht sagen. Also, ich finde, John ist ein schon sehr, sehr attraktiver Mann. Kein Wunder, dass er so erfolgreich als Mainmodel gewesen ist. Also, er hatte schon seine große Zeit, aber die Reife, die tut ihm auch ganz gut. Wow. Wow. There we go, huh? Ein Blick von ihm abzubekommen war alles für mich. Yes, Mama. Alleine dafür hat sich alles in mein Leben gelohnt. Perfekt. Ich habe, glaube ich, noch einen kleinen Blackout von diesem Moment, weil es war einfach überwältigend. Soll ich die Hüfte auch nicht so krass bewegt werden? Ja, mach mal weniger Hüfte, mach die Beine länger. Ich glaube, du musst die einfach länger ziehen und dann mach nicht so einen Bounce. Du bouncest so ein bisschen und dann bouncen deine Brüste auch sehr viel dabei. Das will ja vielleicht nicht jeder haben. Ich kann meine auch bouncen lassen oder ich kann sie nicht bouncen, indem ich einfach nach vorne ziehe. Ziehe doch einfach mal mehr nach vorne. Also so. Aber mach größere Schritte. Ziehe die mal ein bisschen mehr. Und jetzt bouncest du wieder. Nicht, Bounceen? Ziehen. Nach vorne ziehen. Nach vorne ziehen. Ja. Und du hast jetzt auch dir die Markierung nicht gemerkt. Nochmal. Die Markierung ist hier. Und wenn die dir sagen, die Markierung ist hier, dann müsst ihr die einhalten. Denk wirklich daran, große Schritte zu machen. Nicht zu bouncen. Aber danke trotzdem. Du musst üben. Ich will relax. Na, Yusufa ist nicht relaxed auf dem Catwalk. Ja, er ist ein bisschen stif. Ich will das ein bisschen mit dir. Ich denke, du musst dich mehr relaxed sein. Ja! Ja, super! Das ist wahr, das ist wahr. So. Be confident, man. Relax dein Körper. Und geh für's. Oh! Don't look to the floor when you're about to pose. And pose. Give a couple of seconds. Ja, ein bisschen länger einfach, ne? Ja! Wenn der Workout von so einem krassen Model angeschaut wird, das ist schon erst mal eine Ehre, dass er sich überhaupt die Zeit nimmt. Das hat mich sehr gefreut. Ich glaube, du machst das gut. Danke. Aber für diesen Fall, wir wollen etwas etwas mehr maskulin. Okay, die Pressure ist auf, aber der Moment, John war am Laufstück und ich stehe neben mir eine Scheune an und andere Energie. Du? Okay. Just the hips. Don't move them as much as women do. Okay. You can have a little bit of a dance, but not too much. Okay, great. Okay, let's go together. Together, right? Vamos. Die Mann hat es gleich gespürt, dass so dieses weise Modeln-Wissen kam in mich rein und ich war da so, on. Son techno? Son techno? Ja. Vamos. Son... Yes. Son, mit den Hips. Nice! Drill Pose. Good! Your flexion. Well done, mate. You guys. Ich will die. Your flexion. Ich wacke zurück, alle applaudieren, ich war so, uh, I'm a star already. Das ist so schön. Thank you. Ich war sehr, sehr excited, also come on, ich glaube, jeder würde das gerne haben wollen, also egal ob du Model bist oder nicht, so ein Teaching wäre doch schon geil. Lose Eyebrows. Und die Attitude, yeah. Brown-Botty-Gal, pull up the sound, you want to flex, you got the sound, brown-Botty-Gal, pull up the sound, you want to flex, you got the sound, you got the sound, yes, yes, yes. Yes, I like. Danke. Also natürlich pusht es ein bisschen mein Selbstbewusstsein, wenn ich so eine positive Kritik von solchen Stars bekomme. Amazing. Thank you. Really good. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Model-Alltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Gemmys Next Top Model und hast keine Lust mehr irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf GNTM anzusehen.